Genau da, wo du gerade warst im Streamer. Ah ja, ah ja, ah ja. Oh, Aris hat's schon. Ah ja. Ah, Bananah! Vor dem Sturm! Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Heute gibt's die Longest Single-Line, also die längste M-Ski in GTA, zusammen mit Aris. Mal schauen, ob es nur wartet. Hallöchen, Entchen. Knock, knock, hallöchen, eins, ah, nimm' meh. Ich hab gehört, du schaust auf lange Entschen. Guck mal nach rechts, Aris. Ja, genau, Alter, wenn ich das schon sehe, ne? Das Einzige, das Fickte sind immer diese zwei Farben. Ach, die kenn ich. Ja, die haben ja letztens geschaut, Schatz. Ja, wow. Eins, zwei, drei. Und Freunde, los geht's. Ich sag nur viel Spaß. Ha, fuck, kackt schon. Sag geil aus, Michi, sag geil aus. Ole fährt hier Knallgas durch. Ja, das sind die Wahnsinnigen. Okay, für den Papa, da reiten sich unsere Geister, glaube ich. Nein! Das wahre System ist bei uns, zwei in meinen Augen. So ist doch jetzt egal, Leute. Ich wollt' sagen, Thema beendet. Das ist bei uns nicht. Ja, ich wollt' nur sagen, das ist in meinen Augen. Und das wollte, wenn's okay ist, meine ich. In meinen auch. Kadex, ja, den haben sie gezockt. Ich kann's für die Meinung haben, ist mir egal. Jetzt kommst du zum Scheiß hier auf, die Single-Line. Emchi! Ist so. Ey! Und diese Emchi hat ihre Tage... Und die Akati, haben sie, haben sie. Und diese Emchi hat ihre Tage, Freunde. Grüße an Emchi gehen raus. Ich bin noch nicht einmal drangekommen. Die glücklicherweise unter unseren Content nicht schaut. Gott sei Dank. Oh, fuck you! Wie, du bist doch nicht einmal drangekommen. Ich war noch nicht einmal an dem Emchi dran. Ich meine, ich schaff's zwar die Auffahrt, aber ich krieg's dann nicht geschissen, da loszufahren. Witness sagt auch Single-Line. Olaf ist auf dem Rückweg, Ares. Witness ist auf dem Rückweg. Das Ding heißt Emchi. Also zwei sind mir gerade entgegengekommen, Ares. Und das ist leicht irritierend. Ja, Olaf ist doch gleich auf den ersten Platz noch. Wow! Ey, das hat mich gerade voll irritiert. Oh, weil ich konzentriert... Oh, ich bin da echt gut weit gekommen. Da kam eine Karre entgegen. Ja, die beiden gelben kamen gerade entgegen, Ares. Olaf, du Sack! Hey, Sarah! Ha, Olaf! Ja. WB, Sarah! Puh! Lenk vielleicht mit der Maus, Ares. Nee, funktioniert nicht. Nichts, okay. Ah, ah. Genau da, wo du gerade warst im Stream. Ah, ja, ah, 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 ah. Oh, Ares hat's schon. Ah, ja. Ah, man, Anna! Vor dem Tup! Ey. Das Schlimme ist, ich sehe Ares, Raphael, und fuck, ich hab ja auch, weil ich aus dem Tup rauskomme. Ey, Anna! Ares, du bist Idiot. Ey. Aber ich hab dich wirklich, wirklich lieb, ja. Aber sag nie wieder Ares hat das, ey. Fuck! Die wär mir jetzt nicht nur gelohnt, Omi. Ares, ich hab gehört, du hast es. Oh, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Ey, Anime, hat's links, rechts. Nein! Oh, ja. Ey, Junge, das ist so hardcore ficken, wie wir durch die zwei Farben. Oh, Anime, hallo. Hi, Anna, darf ich mit dir kuscheln? Ja. Wunderbar. Michi, ich komm von hinten. Okay. Scheiße, hab ich auch so da. Karma! Scheiße. Karma ist eine Bitch. Nein! Ares hat's. Boah. Ja doch, da hat er's doch. Eier, 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 Eier. Eier. Eier, 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 Eier. Ich find so geil, Ares, du kriegst dir manchmal lang und auf einmal ziehen einige an dir vorbei. Ja, das find ich auch überhaupt nicht ablenkend, oder so. Ich find viel schlimmer, wenn einer dir entgegenkommt. Ja. Ich bleib an die Eier mal kurz. Ruhe, 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 Ruhe. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hast du's aus? Hast du's wieder? Ich hab's noch gar nichts gemacht. Ich hab's noch gar nichts gemacht. Hast du's schon, Lübe? Du hast gesagt, die Annihme auch. Hast du's schon, Lübe? Also, mein Rekord ist bis zum ersten Fake-Punkt. Also, beziehungsweise bis zum zweiten, wenn man den am Spawn mitnimmt. Weiter war ich noch nicht. Mein Rekord war, aus der Tube rauskommen und dann pack er Ares direkt vor mir. Fick meine Eier! Was ist das denn, wenn man aus der Tube rauskommt? Fährt man wieder zurück? Oh, lol. Ach, man fällt wieder zurück? Ja, guck da auf, wo du aufschlägst. Aber man muss sich drehen in der Tube, oder was? Ja. Aber wo muss man denn dann eigentlich hin? Ja, wofür fahr ich denn? Wo du aufkommst, Ares geht unten bei MG weiter. Wenn du gleich nächstes Mal respawnst, wenn du jetzt das hast. Äh, hab ich... Oh, hei, die Fresse. Ja, aber ich hab's gesehen. Oh, mein Lieber, mein Essen. Ausrufezeichen. Nein, Seife, du Ratte. Du hast es schon. Wohlläufig, wie lange im Ziel, ey. Echt? Oder so. Safe. Boah, ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt schnell oder langsam fahren soll. Langsam. Langsam ist die Muschi-Strategie. Ja. Verlass mich, Muschis sind toll. Ja, das stimmt. Die Diskussion bei dir, ist das eigentlich ein Unterhosenwürdig, wenn du cheatest, so langsam zu fahren? Nö. Das ist, nein. Oli hat das anscheinend First-Trial Full-Speed. Ja, Oli. Ey, du Tida. Sack. Hast du irgendwelche Hobbys? Alter, aber diese Farben, diese Farbwechsel brennen ordentlich, ne? Ja. Da haben die ich auch meistens draufkriegt. Das hat Lila, Lila und Grün-Grün zu machen. Weißt du, das ist immer diese Abwechsel, ne? Jetzt weiß ich, äh, was, äh... Nein! Anime, du Peller! Ja, das war geil aus, du Schie. Bis später an Deko meinst du mal zu mir, äh, nach dem Ziegenmann 3, glaub ich, war's, dass, äh, er es geil finden würde, wenn ich mschließt bei mir einfarbig machen würde, weil es halt hart auf die Augen geht auf Dauer. Ja. Ja, die sind ja extrem assi. Nein! Oh, Alter, ich krieg dich auf, hat dich weggepackt, du. Oh, Leifertschuld. Aber nicht mehr lange, du bist raus. Ja. Du auch. Aris, hast du gesehen, wie weit ich bin? Hast du gesehen? Alter, super. Aris! Aris hat's! Digga, deine Mama! Also, wir müssen mal Bossa für diesen Spruch lieben, oder? Ja. Anna! Ich bin hinter dir! Anna! Ärger noch mal ein bisschen den Aris. Gerade du, Anime, ne? Wir müssen unter 26 Minuten kommen. Hi, Michi! Tschüssi, Michi! Ciao! Ich und... Ach, sind gemeinsam durch dich durchgeflogen. Gemeinsam einsam, ne? Ich find's so verwirrend, manchmal, wenn du die Autos hinter dir irgendwo im Hintergrund vorbeifahren siehst. Ei! Hallo! Wannaplay! War so langsam! Nein! Oh fuck it all! Wannaplay! Oh, junge Seife, du bist so'n Ratte. Was du nie benutzt. Uff! 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 Jetzt ist kein Karma. Ja! Ja! Tube! Aris hat es! Aris ist in der Tube. Oben ist ein Aussortierer drin, Aris. Aris war beim Rück. Aufstieg, Junge! Ohohohohohoho! Ich will mich verkacken. Wo war die Hauptstadt, Mann? Dodo, Aris! Dodo, Aris! Dodo, Aris! Nein! Aris hat es! Aris hat es! Boah! Aris, klappt's? aber er ist noch nicht auf dem war gleich als warte der solche freunde hatte und hast du musst aufpassen jetzt einmal zu weit ddrück sein was ist alles links rechts geradeaus mein gott er hat es einfach ich glaube er hat sich müde oder warum schreibt der ingame alpax ihr moin wenn er sich vermutet dann müssen wir in game schreiben nichts zu zerstören okama gut zu wissen oh junge leck mich am arsch alpax heisst du alpax ist ein neuer name aris ich habe nichts gemacht der war schon wieder jetzt habe ich das gefühl dass hier gleich einer aus dem bunt wird hey das fängt nur ab jetzt schreibt er noch wahrscheinlich ok in game pass auf natürlich alter komm michi hast du eier und schreibt es in game ok ne bin papa ich glaube das ist ein bisschen fies was kann jemand mit bits einlösen werfen sorry ihr seid doch echt assi ihr sind sie auch ich hab sie gemacht während du noch relativ bald vorne wahrscheinlich also immerhin jetzt zum schluss machen oh knolli ist auf dem rückweg ich spende mal 100 euro bevor du es hast ja genau hab kein geld dafür äh bits meine ich hoch so ich bin schon wieder in der tube drin endlich 100 euro wären da schon saftiger ich glaube 100 euro aber das ist nicht mehr klarkommen zum glück lenke mich das nicht ab an naja ist da schlimmer dran hm ich hab gehört aris hat es aris hat es ja ja da ist ja der typ drin oder da kann man gerade irgendwas mit dem typ entgegen schreibt mal schnell im chat nein sowas ist ja assi ja schreibt mal schnell im chat hallo ich bin am vortreif was soll ich denn schreiben nein 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 Florian das stört mich nicht weil das ist auf dem zweiten monitor wenn er nicht hinguckt sieht das nicht aber manchmal sehe ich das trotzdem aus dem Augenwinkel wenn es rot aufblitzt ja ja das sehe ich schon aus dem Augenwinkel sehe ich es aber es wird ja mich viel mehr trigger echt Anna ist gar von hinten dann wissen wir was es ist du siehst etwas von hinten und über das rotes viel zinkgucken und dann verkackst du meistens ja Anna ja anime auf welcher Kamera bist du was ob ich esse auf der letzten ne also auf drei ja auf drei also der weitesten richtig gehen wir auf den nächsten das ist am leichtesten habe ich ja noch ich schaue es mir mal an ey aris ego challenge ne nicht ego guck mich ja nicht ein paar Blatt okay der war gut wenn ich äh wieder verkacke schalt ich auf ego egal das ist verboten warum ist das verboten dann kriegst du nur 99 bits wow ey jonge okay hei komm scheiße uuuuuh bei Bambi oh bei mir jetzt auch noch nicht Amateur alter alter ich hab jetzt fast Karma gefunden nee alter sag gut aus ego schwanz alter ja mit vorm 1 war und hätt ich es gemacht aber es schmutz ja mit vorm 1 kannst du aber auch hier mal vom gast gehen und so he 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 wer war das LOL was Karma aber hast du das Karma bekommen Markus dankeschön für deinen Sub mein bester das Yoda hat geschrien cool Junge die Map war anstrengend aber trotzdem echt cool bist du schon durch oder was ich schätze mal ja ich bin ja in der Tube 5 das könnten bis vier Leute am Ziel sein vielleicht sind wir einer weniger vielleicht sind wir einer weniger ich hab jemand lobt alter nicht verrecken Ares du schaffst es nie du schaffst es nie uuuuua ich hab Kaffee mal schlucken ist böse ich hab mir eine Hörpreise 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 war noch nicht so schnell bist du doof ja ja guck alles klar hey mit dem haben wir das ganz ganz gut geschafft eigentlich ich muss langsamer fahren ich fahr auch ganz langsamer ich ehrlich gesagt schon Ares auf dem Rückweg musst du aufpassen dann gibts einmal falsche Richtung Queer über den Monitor ok Anime hat's der ist auf dem Rückweg häng den mal ab Anime legst rechts oh Junge die Sicht rechts rechts links links Flatterflicht nie mehr als Szene weit ich war der Anfang ist richtig böse wenn du in so viel entgegenkommst eyy sobald man minimal zu weit umfasst ey Handy warum blickst du Handy ey hör uns ab hier mit der Oregano LP der Anfang ist so böse der Anfang ist so böse als wenn dir so auf einem so viel entgegenkommt Sarah hallo nicht sterben ich brauch dich noch ok ich versuch's mir zwar bis tot zumindest als Notreserve Sarah oder? als Notreserve heimischi AAH KAMER ja bitte scheiße Silverschlechreit auch Silverschlechreit auch damit sie wenigstens was ehrt so lange es nicht aus der Nase kommt ist alles gut wow boah ich hatte das schon mal hoppa fällt mir da wieder ein huch ich auch mit nem Klöpfel an Silvester das ist irg hier omg Aris Ares haha ich bila aber Raclette ist drin geblieben also alles gut haha hallo Gamestory wäre auch scheiße wenn es raclette oder ich sag einfach jetzt ARIS Erster Platz, richtig verdient! Ja! Oh! Halleluja! 14 Minuten, ich hab die Modusos geschlagen, Freunde! Bei dir war es ja klar. Dankeschön. So, Freunde, ich steh vor dem Ziel. Die Ente ist nach 40 Minuten immer noch im Ziel. Schaut natürlich bei ihr vorbei. Schaut bei allem, falls ihr verlinkt. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag, Freunde. Und sage, bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao! Das waren so die Anfänge, ne? Du bist auch alt. Obwohl, davor hatte ich auch noch eins. Du bist auch alt. Halt ja schnauzig. Ich mein die Petcat. Ach so, ja. Der ist auch alt, ja. Also dann, good luck, have fun. Möge die beste Ente gewinnen! Knock, knock! Ich hätte Wacken dann nehmen sollen oder so. Bami, verpiss dich doch! Ja, Lachs. Du weißt doch, wenn Bami dir im Weg ist und machen will dir Gulasch. Mal auch. Ciao! Alter, wie viele Kurven du hier drin hast, Digga! Okay, jetzt weiß ich, warum du nicht so angetan von der Idee mit dem eigenen Karren warst. Alter! Du hast das nur ums Casino rumgebaut? Die Nummer hier? Arsch! Ich glaub, wir sind in Monte Carlo. Alter! Das war doch ne Höllenarbeit, das Ding jetzt zu bauen, oder nicht? Ja! Ja, ha! Ich glaub, es ist wie Bolle. Ey, Mac Anderson! Suck! Oh, ey, entschuldigt dich im Stolz, ja. Okay, Mac Anderson, alles gut. Alter! Wann ist eigentlich die Rese-Saison, wenn ich die gerade vor mir sehe? Äh, gestern. Cool. Du, 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 du. Kannst du ne Pistole haben und Bami aus dem Auto rausschießen? Wow, bist du nice drauf wieder. Ja, was denn, Bami platt machen und wilde Gulasch? Ist auch ein Freund von. Äh, stimmt allerdings. Katzi bringt dann gleich aus Süddeutschland ein paar Spätzle mit und so. Mmh, ich komme. Voll die gute Idee. Wuhuuu! Ich glaub, ich hab alle 200 Teile verbaut. Das ist gut möglich. Auf jeden Fall, holy fuck. Holy cow. Ich mag die Map. Ich mag die Map, ich wollte gerade sagen, zum selber zocken und Videobeschreibung und so, aber... Ist ja schmachsinn. Zum selber zocken und Social-Term-Witness. Zum Beispiel. Ihr könnt übrigens immer noch Map-Wünsche reinballern, falls ihr Bock habt. Bis gleich, Drachen-Fan. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh! Oh, 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 oh. Der hängt mir eigentlich so an der Popperz, Alter. Nur Fitness. Echt jetzt? Das in einem völlig unterlegenen Auto, was zumindest die Graden angeht, aber in Kurven wurde ich nicht. äh, lass mich raten, Wagner? Du musst so sehen, Wagner schluffelt gerne an deinem Popo. Tyrus. Aris, es wird nes Ferritisch an den Entenpopo schlifeln. Den Tyrus sehe ich ziemlich oft, wenn die Leute Rockstarrennen fahren. Ja, weil der halt einen richtig nice Kurvenlager hat. Dann kann man den wundervoll durchschippern. Ja, ich zieh dir aber trotzdem ab. Ja, auf der Garten. Blö, nicht auf der Garten. Ich streite euch jetzt, dass er den Größeren hat. Ja, ich natürlich, ist doch klar. Boah, scheiße. Solange wir uns alle einig sind, dass du den Glänzen hast. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist Salzmimmer, den du nicht hörst. Ja, das war ein guter Konzer. Wo ist unsere Salzmiene denn? Kant hinten, wo er jetzt hingehört. Nee, da. Schön, dass du es eins siehst. Okay, er hat Platz selber zugegeben, dass er den Glänzen ever hat. Forever. Sorge, er will den Kanzler top sein. Er weiß, wie man damit umgeht. Genau. Geiles Renne. Oh, bitte! Mach doch keine Faxen jetzt! Ey, ich schwöre hier die ganze Zeit an, aber du kommst mir immer näher, ey. Ja, jetzt bist du wieder weg. Du scheiß gerade. Ciao! Und das ist natürlich, wie jetzt mein Graden vom Ziel, das ist natürlich ein anderes Vorteil. Ja, ich schwöre hier. Ja, ich schwöre, ich schwöre. Ja, ich schwöre. Ja, ich schwöre. wäre es vorher in der letzten Runde vom Ziel gewesen. Du bist ja gar nicht fies oder so. Nein. Denk mal an die ziemlich viel Zeit gehabt mit Michi. Das war viel geiler. Ey, weißt du, wer heute hier war? Im Stream, da warst du noch nicht da. Dark Neo. Uh, wollt ihr dir wieder eine Map andrehen? Ja. Er hat gefragt, ob das Embargo halt noch da ist. Ja. Von meiner Seite her auch. Wir hatten ja im letzten oder vorletzten GTA-Stream nachgefragt von den Leuten, die ja häufiger auch mal seine Sachen spielen, wie es da aussieht und so. Ja. Ähm, ja. Er soll ja angeblich immer noch das Asi bauen. Ich hab keinen Bock, das in meinem Stream wieder auszuprobieren. Ja, das muss es sein. Wer irgendwer anders streamt und macht dann was von Dark Neo an, ey, ich fahr da mit, guck's mir an. Alter, kann ich's auch besser beurteilen, ob das dann halt auch was für unseren Content ist, aber so ist halt ein bisschen schwer. Muss aber bei einem anderen in den Stream reingehen, wenn man einen Map-Wunsch hat, müssen die einen reichen. Äh. Äh. Voll Assi. BB, Ralf. Grüßt, Lynch. Alter, aber ich geh ja steil. Ja, hab ich auch nur den ganzen Tag dran rumgewerkt, um die hier zum Laufen zu kriegen. Ja, sieht... Oh, Alter, bist du dich dran. Junge, Junge, Junge. Er schnüffelt an deinem Popo. Alter. Bei mir haubert's auch an der Bescheidung. Die Karre geht nicht so vorwärts. Ja, schade, ne? Hahaha. Du darfst gleich eigentlich nur ein Auto nehmen, was gute Bescheidung hat. Das ist das unterlegenere Auto hier gerade das stärkere Jagd, ne? Und das ist auch nicht mal so unerfolgreich. Ja, du jagst mich wirklich ein bisschen. Ich komm hier auch ordentlich ins Zwetten. Ach, ist Entensaison geil. Du mir auch. So, aber gleich kann ich wieder meine Vorteile ausspielen. Bambi-Saison ist vorbei. Ciao. Oh, 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 oh. Entensaison. Hasensaison. Entensaison. Ey. Bittesaison, Treppchen, da hau ich der hinten über mit. Ich hab nur Flasche und klau mir den Pokal. Hahaha, alte Schnauzer. Ich finde, ich hab mir den voll verdient, den Pokal. Äh, nein, sorry, Kumpel. Oh, doch. Zwischjag bei... Rapsch, den Kalender hat das erste Rundenrennen, was du hier in deinem Stream gewonnen hast. Gar nicht. Das ist gelogen. Ja, zumindest von denen, die ich eingeschickt habe. Wow. Pack den Eis, Alter. Uh. Ah, fuck! Ich pack keine Eiswaffeln. Was sollte es gewesen sein? Der ist gelaufen. Schaut das falsch aus, so genau. Egal. Was hast du genommen? Pyrus oder so, egal. Nein, Tigon, er hat das schwächste Fahrzeug genommen. Ich bin Speed. Das üben wir aber nochmal. Der Zollhammer meint ja aus. Alter. Ich hätte doch den Krieger nehmen sollen. Egal. Aber der hatte eigentlich eine gute Beschleunigung. Aber da für eine scheiß Kurvenperformance auf einer kurvigen Map ist...